Schönen Dank für Jan Kappelhoff oder Anjan Kappelhoff für die Nominierung. Spende läuft, Westfälischen Nachrichten liefern. Und meine erste Nominierung geht an den SC Preußen Münster, Carsten Gockel und das Präsidium. Eis. Und jetzt geht's weiter. Meine zweite Nominierung geht an Basti Hübschen und Brooks. Und meine letzte Nominierung geht an meine größten Triathlon-Finder, die unfassbar guten Dötschke-Brothers, Carsten und Guido. Ihr seid völlig. Peace. 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 Peace.